Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz Malen Peppa und Schorsch möchten gerne malen. Holt euch ein paar alte Zeitungen zum drunterlegen. Ja! Papa Wutz liest gerade seine Zeitung. Ihr könnt gerne meine Zeitung nehmen, sobald ich sie gelesen habe. Na gut. Hurra! Dann können wir ja jetzt anfangen. Dummer Schorsch, große Kinder fassen doch nicht mit der Hand in die Farbe. Schorsch liebt es, mit den Händen zu malen. Peppa malt auch gern mit den Händen. Sehr gut. Bekomme ich eine Kartoffel, Mama Wutz? Die sind noch nicht gekocht, Papa Wutz. Hast du Hunger, Papa? Ich will sie gar nicht essen. Passt mal auf. Was macht Papa Wutz? Oh! Wer kann mir sagen, was das hier ist? Eine Blume! Schlauer, Papa! Als ganz kleines Ferkel habe ich schon gerne gemalt. Wo sind meine alten Malutensilien? Papa, warum hast du denn diesen lustigen Hut auf? Das ist meine Baskenmütze. Ich fühle mich damit wie ein echter Künstler. Nun, was soll ich malen? Wirklich gut gewählt, Schorsch. Ich male den alten Kirschbaum. Was ist das? Eine Staffelei, Peppa. Da steht die Leinwand drauf. Was ist eine Leinwand? Sie ist wie festes Leinenpapier für spezielle Gemälde. Ist das Zahnpasta? Nein, Peppa. Das sind ganz spezielle Farben für große Maler. Herrlich! Mit welcher Farbe wollen wir anfangen? Rot, bitte. Warum Rot, Peppa? Rot ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber erst wollen wir den Himmel malen. Guck, welche Farbe hat der? Blau, ist doch klar. Ja, sehr gut. Wir beginnen mit Blau. Jetzt ist der Kirschbaum dran. Wir brauchen Grün für die Blätter. Hier ist aber kein Grün. Kein Problem. Wenn wir mischen, und zwar blaue Farbe mit etwas gelber Farbe, dann wird's grün. Wenn man Blau mit Gelb mischt, gibt das Grün. Uh. Schönes, saftiges Grün. Und hier ist Gras. Was ist eigentlich mit dem Baumstamm? Wir haben ja gar keine braune Farbe. Wir mischen uns braun. Nämlich mit Grün und Rot. Grün und Rot ergibt Braun. Uh. Papa Wutz malt den Baumstamm und die Äste. Boah. Papa, kann ich die Kirschen malen? Gern, Peppa. Tauch deinen Finger in die Farbe und tupf sie auf den Baum. Eins, zwei, drei. Gut gemacht, Peppa. Jetzt ist Schorsch dran. Du bist wirklich ein großer Maler, Schorsch. Fertig. Das Werk ist vollbracht. Hurra. Oh, hier sind die Enten. Hallo, Fräulein Ente. Wir malen gerade ein Bild. Die Enten laufen über die Farben von Papa Wutz. Husch, husch. Böse Enten. Husch, Enten. Husch, bleibt schön weg von unserem Bild. Ho, ho, ho. Oh, nein. Die Enten haben Fußspuren auf dem ganzen Bild hinterlassen. Oh, je. Was war das für ein Krach? Mama, die Enten haben unser schönes Bild verdorben. Hm, lass mal sehen. Die Enten hinterlassen Fußspuren im Garten, genauso wie auf dem Bild. Papas Bild ist nicht verdorben, Peppa. Es ist perfekt. Hurra. Oh, ja. Ich bin sozusagen Experte im Arden. Genauso wie die Enten. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Das Schulfest. Heute ist das große Schulfest. Peppa kann es kaum erwarten. Peppas Freunde sind schon da. Luzi Locke, Molly Mietze, Luisa Löffel, Klausi Kleff und Pedro Pony. Hallo, da bin ich. Hallo, Peppa. Ich finde das Schulfest schön. Ich auch. Was ist am besten? Das Schminken. Ich mag die Balance. Mir gefällt die Hüftburg am besten. Ich mag einfach alles. Ho, ho. Eine gute Wahl, Peppa. Dann bis später, Peppa. Ja, bis später. Schorsch, was magst du am liebsten? Saurier. Oh je, hier gibt es leider keine Dinosaurier. Vielleicht finden wir einen Dinosaurier-Ballon. Bist du sicher, dass es hier so etwas gibt, Papa Wutz? Ja, ganz bestimmt. Können Schorsch und ich uns erst einmal schminken lassen? Na klar. Frau Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Danke schön, Frau Mümmel. Boah. Siehst du aber schön aus, Lucy. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Saurier. Ein Saurier? Äh, wie wäre es mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut. Ich bin ein Tiger. Bin ich auch. Tiger sagen nicht, Wurf, Wurf. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Ah! Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo, Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeige ihnen, was ein echter Tiger tut. Und was habt ihr kleinen Tiger danach vor? Saurier. Stimmt ja. Wir müssen für Schorsch einen Dinosaurierballon finden. Alle bekommen einen Ballon. Hurra! Hallo, Madame Gazelle. Wir möchten Luftballons kaufen. Natürlich. Sucht euch welche aus, meine Kleinen. Kann ich den Elefantenballon haben? Bitte sehr, Peppa. Ich nehme das Känguru. Den Löwen, bitte. Den Affendetter. Den Papagei, bitte. Oh, ja, ja, was ihr wollt. Und das Wichtigste ist, haben sie auch einen Dinosaurierballon dabei? Oh, je. Ich fürchte, mit einem Dinosaurierballon kann ich nicht dienen. Oh. Sei nicht traurig. Ich habe eine Idee. Dann nehme ich diese beiden langen Ballons. Alles mal hergucken. Was hat Papa Wutz mit den Ballons vor? So. Wer von euch weiß, was das ist? Ist das ein Känguru? Ho, ho. Nein. Es ist ein... Sousia. Das stimmt. Ein Dinosaurier. Endlich hat Schorsch seinen Saurierballon. Grrr. Sousia. Jetzt will ich zur Hüpfburg. Peppa liebt es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Alle lieben es, auf der Hüpfburg zu hüpfen. Das ist für immer das schönste Schulfest. Heute ist ein besonderer Tag. Peppa und Schorsch fahren mit Papa Wutz in sein Büro. Papa, was machst du so den ganzen Tag in deinem Büro? Lauter lustige Dinge. Ich zeig's euch. In diesem Bürohaus arbeitet Papa Wutz. Wir sind da. Hurra. Ja? Hallo. Hier ist Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Darf ich auch mal da drauf drücken? Ho, ho. Na klar, Peppa. Pss. Ja? Ich bin's. Hallo, du ich. Komm rein. Mein Büro ist im obersten Stock. Wir fahren mit dem Aufzug. Darf ich den Knopf drücken? Ich glaube, Schorsch ist mal dran. Drück den obersten Knopf, Schorsch. Oh. Der Lift fährt mit Peppa, Schorsch und Papa Wutz bis zum obersten Stockwerk. Ui. Oberstes Stockwerk. Türen öffnen automatisch. Das ist das Büro von Papa Wutz. Hallo alle zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hallo, Papa Wutz. Herr Löffel und Frau Mieze sind Kollegen von Papa Wutz. Heute habe ich zwei ganz besondere Besucher mitgebracht. Peppa und Schorsch. Wir sind sehr geehrt. Jetzt beginnt die Führung. Herr Löffel, können wir an Ihrem Platz beginnen? Mit dem größten Vergnügen. Meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Zahlen. Ich nehme überaus wichtige Schriftstücke, wähle den entsprechenden Stempel und stempel sie damit ab. Boah. Was für einen tollen Beruf, Herr Löffel hat. Darf ich auch einmal stempeln? Na klar. Ich hole dir schnell Papier. Hier ist doch Papier. Äh, vielleicht nehmen wir lieber etwas leeres Papier. Hier, bitte sehr. Peppa stempelt gerne Papier. Ich mag Ihre Arbeit, Herr Löffel. Weiter geht's mit der Führung. Nächste Station, der Platz von Frau Mieze. Miau. Hallo, Peppa und Schorsch. Hallo. Meine Aufgabe ist es, Muster in den Computer einzugeben. Oh. Dann drucke ich die Muster aus. Hui. Und hier ist noch eine Kopie. Dankeschön. Frau Mieze hat aber eine schöne Arbeit. Darf ich mal probieren? Mir scheint, Schorsch möchte auch mal. Du hast recht, Schorsch. Jetzt bist du mal mit Arbeiten dran. Schorsch tippt blaue Dreiecke. Jetzt drücken wir sie aus. Ich mag Ihre Arbeit, Frau Mieze. Wollen wir jetzt meinen Platz anschauen? Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist der Schreibtisch von Papa Wutz. Meine Arbeit ist wirklich kompliziert. Ich berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und ermittle den größten gemeinsamen Teiler. Die Arbeit von Papa Wutz scheint sehr wichtig zu sein. Hast du denn dafür auch Stempel? Nein. Hast du denn dafür einen Computer? Nein, aber ich brauche dafür Buntstifte. Papa, dürfen wir mit deinen Buntstiften malen? Gute Idee. Peppa und Schorsch malen gern mit Buntstiften. Ich male ein Haus. Schorsch malt wieder mal einen Dinosaurier. Schorsch malt immer Dinosaurier. Dinosaurier. Sausier. Meine Güte, es ist schon 5 Uhr. Jetzt ist Feierabend. Ich muss schon sagen, was für ein fabelhaftes Haus. Und ein grausiger Dinosaurier. Schorsch und ich haben die Arbeit von Papa gemacht. Und noch dazu ganz besonders gründlich. Ich mache gern Herrn Löffels Arbeit und ich mache gern Frau Miezes Arbeit. Aber Papas Arbeit gefällt mir am allerbesten. Okay. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es regnet. Peppa und Schorsch müssen im Haus bleiben. Papa, die Sonne scheint wieder. Können wir jetzt nach draußen? Ja, gut. Dann los ihr zwei. Papa, wenn du in die Matschepfützen springst, musst du Gummistiefel anziehen. Mach ich, Mama. Schorsch springt auch gern in die Matschepfützen. Schorsch, wenn du in die Matschepampe springst, musst du Gummistiefel anziehen. Peppa kümmert sich gern um ihren kleinen Bruder Schorsch. Schorsch, wir suchen noch mehr Pfützen. Peppa und Schorsch haben eine Menge Spaß. Peppa hat eine kleine Pfütze entdeckt. Peppa und Schorsch hat eine große Pfütze entdeckt. Guck, Schorsch. Eine riesengroße Pfütze. Schorsch will als erster in die große Pfütze springen. Halt, Schorsch. Vielleicht ist sie ja zu tief für dich. Gut, sie ist nicht zu tief für dich. Ach, Schorsch. Es ist nur Schlamm. Peppa und Schorsch mögen Matschepfützen so gern. Komm mit, Schorsch. Wir zeigen Papa, wie wir aussehen. Du lieber Himmel. Papa, Papa, rat mal, was wir gemacht haben. Lass mich überlegen. Habt ihr Fernsehen geschaut? Nein, nein, Papa. Habt ihr etwa gebadet? Nein, nein. Ah, ich weiß. Ihr springt durch die Matschepfütze. Ja, ja, Papa. Wir springen durch die Matschepfütze. Ho, ho. Schaut mal, wie ihr ausseht. Oh. Nicht schlimm. Ist ja nur Matsch. Wir machen es schnell weg, bevor Mami euch sieht. Papa, wenn wir sauber sind, gehst du und Mama dann mit uns nach draußen? Ja, wir spielen alle im Garten. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Mama und Papa tragen auch Gummistiefel. Peppa und Schorsch lieben Matschepfützen. Alle lieben Matschepfützen. Oh, Papa Wutz. Was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Himmelsdrachen. Himmelsdrachen. Es ist ein klarer, sonniger Tag. Familie Wutz macht einen Ausflug in den Park. Peppa und Schorsch wollen einen Drachen steigen lassen. Schorsch will es als erster versuchen. Schorsch läuft so schnell er kann. Aber der Drachen fliegt nicht. Schorsch, du machst das ja ganz falsch. Du warst nicht schnell genug. Und jetzt bin ich dran. Peppa rennt so schnell sie kann. Aber der Drachen will immer noch nicht fliegen. Der Drachen fliegt nicht, wenn kein Wind weht. Egal wie schnell ihr lauft. Oh. Da müssen wir wohl warten, bis ein bisschen Wind aufkommt. Oh. Schaut mal. Der Wind ist endlich da. Jetzt kann der Drachen fliegen. Der Wind wird immer stärker. Der Wind weht jetzt wirklich sehr stark. Schorsch. Peppa. Danke, Papa. Jetzt ist Papa Wutz dran. Hurra. Höra, höra. Höra. Papa Wutz ist sehr gut im Drachen steigen lassen. Ah. Ja, ich bin nämlich Drachenfachmann. Pass lieber auf die Bäume auf. Der Drachen könnte sich verfangen. Keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Oh je. Der Drachen hängt im Baum fest. Oho. Keine Sorge, Schorsch. Papa holt den Drachen wieder runter. Hurra. Ähm, ja. Vorsicht. Da ist eine Matsche Pfütze. Peppa und Schorsch hüpfen gern im Matsch herum. Können wir da reinhüpfen? Ja. Nein, dann seid ihr gleich ganz dreckig. Oh. Abstand halten, bitte. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ich weiß schon, was ich tue. Sei vorsichtig. Nur noch ein bisschen weiter, Papa. Papa Wutz, du bist viel zu schwer für den Ast. Unsinn. Unsinn. Ich weiß genau, wie schwer ich bin. Pah. Hurra. Papa Wutz hat den Drachen befreit. Oh. Oh je. Was für eine Schweinerei. Ist ja nur Matsch. Zum Glück hat Papa Wutz sich nicht verletzt. Und der Drachen ist auch heil. Hurra. Mama, können wir jetzt nicht doch in der Matsche Pampa rumhüpfen? Ja, da habt ihr recht. Schmutziger könnt ihr wohl kaum werden. Und ich weiß auch schon, wer euch nachher wieder sauber macht. Oh. Pepper und Schorsch lieben Matsche Pfützen. Und Mama und Papa genauso. Was für ein schöner Tag. Ja. Matsche Pfützen machen mindestens genauso viel Spaß, wie an den Drachen steigen zu lassen. Frösche, Würmer, Schmetterlinge. Pepper und Schorsch helfen Opa Wutz im Garten. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja. Schmetterlingszungen sind doch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen, wie mit einem Strohhalm. Sie trinken damit aus den Blumen, wie mit einem Strohhalm. Oh. Pepper, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Pepper Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Pepper tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß. Du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her. Ich bin ein Schmetterling. Oh je, Schorsch hat keine Lust, ein Ringelwurm zu sein. Er wäre lieber ein Schmetterling. Ach, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Hahaha. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Phrrrr. Hahaha. Ho, ho, ho. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Pepper. Und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Ho, ho, ho. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wär wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Phrrrr. Oh, ho, ho. Hahaha. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Phrrrr. Hahaha. Das macht Spaß. Was für ein Tier wollt ihr jetzt sein? Hm. Ich weiß nicht. Miki. Guck, Opa, da ist ein kleiner Frosch. Miki. Warum spielt ihr nicht einfach Frosch? Hm. Frösche sind weder wunderschön, noch so süß wie Würmer. Aber sie spielen dasselbe wie ihr. Hm. Spielen Frösche mit Puppen? Ho, ho, ho. Aber, Pepper, was magst du am liebsten? Ich mag Matschepampe. Phrrr. Genau. Frösche hüpfen ja auch gerne Matsch herum. Miki. Los, Schorsch. Wir spielen Frosch. Miki. Jetzt sind wir Frösche. Miki. Jetzt sind wir Frösche. Miki. 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 Der Frosch hat eine tolle Matschepfütze zum Herumspringen entdeckt. Pepper und Schorsch lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schmetterlinge und Würmer mag ich. Aber Frösche mag ich am allerliebsten. Miki. Miki. Neue Schuhe. Miki. Miki. Peppa und Schorsch haben im Garten gespielt. Miki. 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 Wo sind deine Schuhe? Oh, sie sind weg. Bestimmt finden wir sie wieder. Vielleicht sollten wir mal im Garten nachschauen. Ja. Alle machen sich auf die Suche nach Peppas Schuhen. Mama Wutz sucht im Blumenbeet, aber da sind die Schuhe nicht. Oh. Papa Wutz schaut im Schubkarren nach, aber da sind die Schuhe auch nicht. Oh. Peppa und Schorsch sehen in den Blumentöpfen nach, aber auch da sind die Schuhe nicht. Oh. Jetzt waren wir überall, aber Peppas Schuhe sind verschwunden. Peppas Schuhe sind weg. Jetzt habe ich keine Schuhe mehr zum Anziehen. Na ja, Peppa, die Schuhe waren ja schon ganz alt. Wir kaufen ein neues Paar. Könnten meine neuen Schuhe rot sein? Klar doch. Wieso denn nicht? Schorsch, ich bekomme neue rote Schuhe. Mama Wutz und Peppa sind in Frau Mümmels Schuhladen. Hallo Frau Mümmel. Hallo Mama Wutz. Wir hätten gerne ein paar neue Schuhe für Peppa. Rote Schuhe. Wir finden ganz bestimmt schöne Schuhe für dich. Ja, rote. Bitte. Na sicher, schau mal. Boah. Rote Schuhe. Schorsch und Papa Wutz spielen Dame. Oh, sehr gut Schorsch. Papa, Papa. Guck mal, meine Schuhe. Sie sind rot. Oh ja, sie sind sehr rot. Mama, findest du meine Schuhe schön? Ja, Peppa. Und sie stehen dir sehr gut. Schorsch, wie findest du meine Schuhe? Alle finden Peppas neue Schuhe schön. Ich liebe meine Schuhe so sehr. Ich will sie von jetzt an für immer anbehalten. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Peppa will ihre Schuhe nicht mal beim Baden ausziehen. Und selbst im Schlafanzug hat Peppa ihre Schuhe immer noch an. Peppa will die Schuhe sogar im Bett tragen. Peppa, willst du die Schuhe nicht doch lieber ausziehen? Nein, ich ziehe sie überhaupt nie mehr aus, Mama. Wie du meinst. Dann schlaft gut, Peppa und Schorsch. Gute Nacht, Mama. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut, meine Schweinchen. Es hat die ganze Nacht geregnet und der Garten ist ganz nass. Mama Wutz trägt Gummistiefel, Papa Wutz trägt Gummistiefel und Schorsch trägt auch Gummistiefel. Peppa trägt immer noch ihre roten Schuhe. Schorsch will im feuchten Gras spielen. Oje, Peppa spielt auch gern im feuchten Gras, aber sie will ihre Schuhe nicht nass machen. Ich kann leider nicht mit dir spielen, Schorsch. Oh. Schorsch springt gerne durch den Matsch. Peppa springt auch gerne durch den Matsch, aber sie will ihre neuen Schuhe nicht dreckig machen. Oh. Mama und Papa springen auch gerne durch Matschepfitzen. Wirklich alle springen gerne durch Matschepfitzen. Was hat Peppa vor? Aha, Peppa zieht ihre Gummistiefel an. Juppie. Ich liebe Matschepampe, aber nur mit Gummistiefeln. Es ist ein heißer, sonniger Tag. Peppa und Schorsch machen ein Picknick. Hier ist Orangensaft für dich, Teddy. Wie sagt man? Dankeschön, liebe Peppa. Oh, gern geschehen, lieber Teddy. So, und hier ist auch Orangensaft für dich, Sousia. Du musst jetzt Danke sagen. Oh, es war mir ein Vergnügen, Sousia. Möchte einer von euch vielleicht einen Keks kosten? Wir haben keinen Hunger. Äh, Peppa und Schorsch, ihr könnt die Kekse aufessen. Dankeschön, Teddy. Was war das für ein Geräusch? Peppa, Schorsch, schnell, kommt ins Haus. Mama, da hat was geknallt. Ja, das war Donner. Das heißt, dass gleich ein Gewitter kommt, mit viel Regen. Schnell, rein ins Haus, bevor es regnet. Keine Panik, der Regen ist noch ganz weit weg. Der Himmel wird immer dunkler. Gleich geht das Gewitter los. Peppa, Schorsch, habt ihr alle Spielsachen ins Haus gebracht? Sousia. Gut, der Dinosaurier ist in Sicherheit. Teddy, ich hab Teddy vergessen. Er wird ganz nass. Keine Sorge, Peppa, ich werde Teddy retten. Aber du musst dich beeilen. Es wird bestimmt gleich regnen. Ich kenne mich aus mit Gewitter. Ich hab noch viel Zeit. Na also, es regnet noch lange nicht. Armer Teddy, er ist ganz nass. Guck. Ja, armer Teddy, wir trocknen ihn ab. Armer Teddy. Und schon ist dein Teddy wieder trocken. Und was ist mit mir? Ich bin auch ganz nass. Oh, armer Papa. Schnell abtrocknen. Und schon bist du wieder warm und trocken. Jetzt ist der Regen drin. Es tropft auf den Boden. Oh je, was sollen wir tun, Papa Wutz? Kein Problem. Und schon hat Papa Wutz eine Lösung gefunden. Sehr gut, Papa Wutz. Weh wie Eierleicht. Ey, was? Schnell, es muss unbedingt noch ein Behälter her. Sehr gut, Peppa. Babyeierleicht. Mama, der Donner donnert aber laut. Aber du musst keine Angst vor dem Gewitter haben. Kommt, wir zählen die Sekunden zwischen Blitz und Donner. Je später es donnert, desto weiter weg ist das Gewitter. Eins, zwei, drei. Drei Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Sekunden. Das Gewitter verzieht sich schon. Und schon ist das Gewitter vorbei. Hurra! Nach dem Gewitter ist der ganze Garten voller Matschepfützen. Peppa liebt es, durch Matschepfützen zu springen. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu springen. Ich mag Gewitter. Dann gibt's Matschepampe. Plitsch, Platsch, Plotsch, Plitsch. Zelten. Peppa und ihre Familie machen einen Campingausflug. Ich mag Zelten. Da sind wir. Hurra! Peppa, Schorsch, dieses Zelt hatte ich schon als Junge. Papa, wie willst du denn daraus ein Zelt machen? Keine Sorge, Peppa. Ich bin ein Campingfachmann. Mama Wutz, alles fertig zum Aufbau. Genau so. Baby-Eier leicht. Oh. Brauchst du nicht die Heringe? Na klar. Die hab ich wohl vergessen. Jetzt hält das Zelt viel besser. So. Das Zelt ist aber ziemlich klein. Es war groß genug für mich als Junge. Aber jetzt kommt es mir auch klein vor. Ja, weil du nämlich inzwischen größer geworden bist, Papa Wutz. Und am meisten bist du am Bauch gewachsen. Apropos mein Bauch. Wollt ihr Suppe? Ja, ja. Dann brauchen wir wohl Holz fürs Feuer. Yippie. Peppa und Schorsch helfen Papa Wutz beim Holz sammeln. Schorsch, ich heb die Stöcke auf und du trägst sie dann. Stöcke sammeln macht Spaß. Gut, das ist genug. Das wird ein Prachtfeuer. Ich zünde es an. Ich habe Streichhölzer. So was brauche ich nicht. Papa, wie machst du das denn ohne Streichhölzer? Ich mache es genauso wie früher. Man muss nur zwei Hölzer aneinander reiben. Papa Wutz reibt die beiden Stöcke ziemlich lange aneinander. Wann kommt denn das Feuer? Sofort. Hurra! Baby-Eierlein. Jetzt mache ich die Tomatensuppe heiß. Ah, lauscht nur der Stille der Nacht. Ich habe da was gehört. Das war das Zirpen einer Grille. Und was ist das? Eine Eule. Guck, da ist sie. Boah! Und wer macht so? Oh, merkwürdig. Das ist Papas Bauch. Mein Bauchkrummeln gehört zu den besten Klängen der Natur. Das bedeutet Essen. Ich mag Tomatensuppe. Und ich erst. Ich höre noch einen von Papas Klängen der Natur. Äh, was? Los, ihr Lieben. Ab ins Zelt. Schlafenszeit. Wir passen nicht alle rein. Das Zelt ist viel zu klein. Das passt schon. Schnell hinein. Mach etwas Platz, Mama Wutz. Papa, du bist zu groß für das Zelt. Macht nichts. Ich schlafe eh lieber draußen. Schlaf gut, Papa Wutz. Schlaf gut, Papa. Schlaf gut. Gute Nacht zusammen. Alle gehen schlafen. Peppa, Schorsch und Mama Wutz im Zelt und Papa Wutz unter den Sternen. Ah, ich mag Zelten. So unter freiem Himmel mit den Sternen über mir. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Am nächsten Morgen. Papa, es war ja so gemütlich im Zelt. Oh, wo ist Papa? Papa Wutz ist verschwunden. Armer Papa. Ganz bestimmt hat er gefroren. Wo ist er jetzt bloß? Was ist das? Was ist das? Es klingt wie Papas Schnarchen. Papa Wutz. Was? Dir ist nichts passiert. Ho, ho, ho. Natürlich nicht. Ich bin ein Campingfachmann. Ich war im Auto. Schlauer Papa. Ho, ho, ho. Oh, ich mag Zelten. Ho, ho, ho. 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 Ein sehr heißer Tag. Die Sonne scheint. Es ist ein sehr heißer Tag. Ho, ho, ho. Was für ein schöner heißer Tag. Ho, ho, ho. Peppa und Schorsch tragen Gummistiefel. Sie wollen durch die Matschepfützen springen. Ich liebe Matschepampe. Oh. Oh je, die Sonne brennt so heiß, dass alle Pfitzen ausgetrocknet sind. Mama, Papa, die Pfitzen sind alle hart. Wir können nicht mehr reinspringen. Nicht schlimm, Peppa. Es ist heute so warm, ihr könnt stattdessen im Planschbecken baden. Das Planschbecken, toll. Zieht erst mal eure Badeanzüge an. Ja, Mama. Peppa und Schorsch tragen ihre Badeanzüge. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Papa Wutz trägt seine Badehose. Die Sonne brennt so heiß. Ihr braucht Sonnencreme. Das ist ölig und eklig. Mach nicht so ein Theater. Ja, wir müssen uns alle eincremen. Oh. Los, komm, Schorsch. Pumpen wir Luft ins Planschbecken. Papa Wutz pumpt Luft ins Planschbecken. Baby eierleicht. Peppa hält den Schlauch und Mama Wutz dreht den Hahn auf. Wo bleibt das Wasser? Wow. Im Planschbecken ist es einfach herrlich. Eiscreme, Eiscreme. Frau Mümmel, die Eiscreme-Frau. Eiscreme. An sehr heißen Tagen verkauft Frau Mümmel Eiscreme. Mama, Papa, kriegen Schorsch und ich ein Eis? Na klar, schließlich ist heute ein besonders heißer Tag. Hurra. Bringt ihr mir auch ein Eis mit? Alle mögen Eiscreme. Hallo Mama Wutz, Peppa und Schorsch. Hallo Frau Mümmel. Was hättet ihr denn gerne? Kann ich bitte ein Hörnchen-Eis haben? Aber natürlich, Peppa. Danke. Dasselbe für mich und für Papa Wutz, bitte. Und was darf es für den kleinen Schorsch sein? Sousia. Einen Saurier? Dummer Schorsch. Sousia ist das einzige Wort, das Schorsch sagen kann. Tja, zufälligerweise habe ich gerade ein Saurier-Eis für dich dabei. Sousia. Sousia. Schorsch, nun iss mal dein Eis, bevor es schmilzt. Sousia. Schorsch findet das Saurier-Eis so schön, dass er es nicht essen will. Danke sehr, Frau Mümmel. Genießt das Wetter. Schorsch, du solltest dein Saurier-Eis jetzt wirklich essen, bevor es schmilzt und zu Boden fällt. Oje, Schorsch's Saurier-Eis ist geschmolzen und runtergefallen. Wein doch nicht, Schorsch. Papa gibt dir von seinem Hörnchen-Eis bestimmt gerne was ab. Es ist so heiß, dass Papa Wutz eingeschlafen ist. Papa Wutz sieht erhetzt aus. Wir spritzen Wasser auf Papa, dann kühlt er ab. Gute Idee, Pepper. Äh! Bibi, was? Du warst ganz rot und heiß, Papa Wutz. Wir haben dich mit Wasser bespritzt. Oh, verstehe. Danke, Pepper. Schaut, die Pfützen. Los, Schorsch, wir holen die Stiefel. Pepper und Schorsch tragen ihre Gummistiefel. Pepper und Schorsch mögen heiße Tage. Aber noch lieber mögen sie pfützen. Am Strand. Pepper und ihre Familie machen einen Ausflug an den Strand. Pepper und Schorsch lieben den Strand. Was für ein Haufen Zeug. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen, wenn wir gehen. Sonnenschirm, Strandtasche, Handtücher, Eimer und Schaufeln und ein Wasserball. Gut, aber bevor ihr spielen geht, müsst ihr eingecremt werden. Die Sonne ist sehr heiß. Deshalb brauchen Pepper und Schorsch Sonnencreme. Kommt, wir testen mal den Wasserball. Scheint zu funktionieren. Was für ein großartiger Wasserball. Schorsch, du wirfst den Ball und ich fange ihn. Schorsch, fangen. Oh je, Schorsch ist zu klein, um den Ball zu fangen. Mach doch nicht, Schorsch. Willst du mit Pepper vielleicht im Meer planschen? Ja, Papa, bitte. Zieht erst eure Schwimmflügel an. Das war's schon. Du siehst sehr schick aus mit Schwimmflügeln, Schorsch. Und jetzt komme ich dran. Gut, jetzt geht's ab ins Wasser. Hurra! Ist das Wasser kalt? Es ist herrlich und warm. Halt, halt! Du hast angefangen, Papa Wutz. Ups! Ich glaube, wir haben genug gespritzt. Hui! Papa, ich liebe den Strand. Pepper und Schorsch lieben den Strand. Alle lieben den Strand. Pepper, Schorsch, wollt ihr mal mit euren Eimern und Schaufeln spielen? Oh ja, Mama! Papa, Papa! Dürfen wir dich im Sand verbuddeln? Tja, äh... Bitte, Papi! Oh, na gut. Yippie! Pepper und Schorsch verbuddeln Papa Wutz im Sand. Halt, halt! So, jetzt kannst du nicht mehr weg. Mein Kopf wird ein wenig heiß. Bekomme ich meinen Strohhut? Ähm, wenn du schön bitte sagst. Bitte, bekomme ich meinen Strohhut? Ja, bekommst du, Papa. Das ist fein. Vielleicht mache ich einfach ein kleines Schläfchen. Schorsch, sollen wir Sandbogen bauen? Pepper und Schorsch bauen Sandbogen. Zuerst füllen wir den Sand in die Eimer. Siehst du? Dann drehen wir die Eimer rum und klopfen drauf. Und heben sie wieder hoch. Pokus, Pokus! Eine Sandburg. Pokus, Pokus! Noch eine Sandburg. Pepper, Schorsch, Zeit nach Hause zu gehen. Und lasst nichts hier liegen. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts vergessen. Handtücher, Strandtasche, Sonnenschirm und der Wasserball. Das ist alles. Ich glaube, wir haben etwas vergessen. Hm. Natürlich. Wir haben den Hut vergessen. Papa, wir haben Papa vergessen. Ja, wir haben Papa vergessen. Hä? Äh, was? Papa, fast hätten wir dich hier vergessen. Aber Schorsch hat an dich gedacht. Schön, dass wenigstens Schorsch an mich gedacht hat. Opa und Oma Wutz machen mit Pepper und Schorsch eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Willkommen an Bord, Matrosen! Pepper, Schorsch, zieht eure Schwimmwesten an. Wenn Pepper und Schorsch auf dem Boot von Opa Wutz sind, müssen sie Schwimmwesten tragen. Auf diesem Boot bin ich der Kapitän. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Wenn Käpt'n Opa sagt, was so zu tun ist, müsst ihr es auch tun. Außer es ist etwas Dummes. Käpt'n Opa sagt nie etwas Dummes. Natürlich nicht Käpt'n Opa. Schorsch, hisst die Flagge. Pepper, läute die Glocke. Ei, ei, Käpt'n. Oma Wutz ans Steuerrad. Ei, ei, Käpt'n. Volle Kraft voraus. Volle Kraft. Vielleicht solltest du etwas langsamer fahren, Opa Wutz. Gute Idee, Oma Wutz. Ich möchte nicht das ganze Benzin verbrauchen. Opa, ich fand es schön so schnell. Keine Sorge, Pepper. Wir fahren später noch schnell. Guck mal, da ist noch ein Boot. Das ist Opa Kleff. Er macht eine Bootsfahrt mit Klausi Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Kleff. Ahoi, ahoi, Opa Wutz. Hallo, Klausi. Hallo, Pepper. Opa Kleff ist der beste Freund von Opa Wutz. Ich bin überrascht, dass dein alter Kahn immer noch schwimmt, Opa Kleff. Der ist doch bestimmt schon so alt wie du. Mein alter Kahn ist immer noch viel schneller als dein rostiger Heimer, Opa Wutz. Na gut, du alter Seehund. Wir machen ein Rennen. Du wirst verlieren, Wasserschwein. Ihr beide benehmt euch wie kleine Kinder. Opa Kleff hat mich Wasserschwein genannt. Du hast ihn zuerst Seehund genannt, Opa. Du solltest dich entschuldigen. Nur wenn er sich zuerst entschuldigt. Opa, entschuldige dich bei Opa Wutz. Er ist dein bester Freund. Nein, er ist ein Wasserschwein und mein Boot ist schneller als seins. Na gut, Seehund. Wir machen ein Rennen bis zur Brücke. Wir zählen bis drei. Eins, zwei, los! Du bist zu früh gestartet. Hol mich doch ein, Wasserschwein! Seehund! Und du kannst nicht schneller als so. Du kriegst mich nicht. Gewonnen! Oh je, das Boot von Opa Wutz hat kein Benzin mehr. Sehr schlau, Käpt'n Opa. Vielleicht bin ich doch ein bisschen schnell gefahren. Wie kommen wir nach Hause? Guckt mal, da ist Opa Kleff. Opa Kleff kann uns abschleppen. Ich lasse mich doch nicht von diesem Seehund abschleppen. Wer sagt, dass ich dich abschleppen würde, Wasserschwein? Werdet ihr denn nie erwachsen? Opa, entschuldige dich bei Opa Kleff. Entschuldige, dass ich dich Seehund genannt habe. Opa, entschuldige du dich bei Opa Wutz. Entschuldige, dass ich dich Wasserschwein genannt habe. So ist gut. Opa Kleff, kannst du uns nach Hause abschleppen, bitte? Es wäre mir ein Vergnügen, Madame. Fang das, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Kleff ist der allerbeste Freund von Opa Wutz. Opa Kleff schleppt das Boot von Opa Wutz nach Hause. Die Hauptsache ist, ich habe das Rennen gewonnen. Opa Wutz. Schlimmer Opa Wutz. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Käpt'n Opa. Opa Wutz. Opa Wutz. Opa Wutz. Opa Wutz. Untertitelung des ZDF, 2020